Hallo und willkommen zur nächsten Runde RageRacer. Jetzt die Strecke Nummer 2. Strecke Nummer 3 haben wir ja gesehen. So, dann wollen wir mal. Das war's, genau. 3, 2, 1, go! The race is on. Show them what you've got. 3 laps to go. 3, 2, go! Uh, schlecht! War auf der Zutte an. Oh, das war gut. Die Strecke mag ich nicht so sehr, aber die muss ja trotzdem gefallen werden. Man macht die schönen Bäume in der Immolation. Geil, oder? Ich kann an, warum die unteren Gebäude verschimmelt aussehen und die da oben hier normal funktionieren. Ah, da. Da haben sie die Bäume verwandelt und ich geh kaputt. Wir sind total haassig. Ach, komm schon. Hoppe! Hoppe! Touchdown! . . . . . . . . . Oh my, you scattered that record! Two laps to go! Ich mag den Motta-Sakim. Die Farbgebung im Spiel ist etwas heißer, also etwas ... 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